hallo leute und willkommen zurück zu kein netzplay und kein video jedoch ein video ist es ist ein jahresrückblick von 2018 wir haben das erste jahr geschafft das heißt das erste jahr sechs monate über sechs monate gibt es den kanal bürger im lp und es macht mir wirklich richtig spaß von den ganzen projekte die wir am laufen haben ich habe ideen für mycraft oder das könnte ich gar nicht vorstellen ich glaube dieses projekt das wird noch ewig gehen ich weiß gar nicht wie ich das alles machen soll vielleicht werde ich auch da noch mal ein server erstellen wo mehrere leute mitarbeiten können das muss ich mir noch gedanken machen da muss ich mich auch noch rein fuchsen ich weiß noch gar nicht genau wie lang wie das geht aber ich habe für euch so ein kleines video zusammengestellt es geht eigentlich normalerweise zehn minuten ich habe die zweifache geschwindigkeit durchlaufen lassen kommentiert jetzt noch mal nachträglich dass ihr seht was wir so die letzten sechs monate getrieben haben ich habe aus allen let's place immer mal da mal da mal da mal da war ein bisschen was aufgenommen zusammengeschnitten alles durcheinander von fast allen let's place die ich gemacht habe ja was was soll sagen 2018 ja in zehn stunden ist es vorbei ich werde dieses video glaube ich um 14 um 14 uhr hochladen genau und zehn stunden ist 2019 leute könnt mir ja mal in die kommentare schreiben das würde mich ja mal freuen was ihr vielleicht nächstes jahr 2019 für let's place sehen wollt oder für die anderen projekte irgendwelche vorschläge das würde mich echt freuen vielleicht haben wir heute schon die 100 abos geknackt weil ich nehme es eine woche vorher auf dieses special spezial es fehlen gerade noch drei abonnenten vielleicht haben wir ja zu silvester zu 2019 die 100 abonnenten geknackt das geknackt das würde mich freuen ja im hintergrund läuft gerade das video ich kann es gerade zwar nicht so ansehen weil ich es ja einfach nur nach kommentiere ich weiß wie lange ich habe es euch von zehn minuten auf vier minuten runter geschnitten ich hoffe euch gefällt ich hoffe euch gefällt mein kanal ihr guckt ich hoffe ja was soll ich sagen ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich hoffe das ist immer so blöd einfach nach kommentieren und einfach was zu sagen vor allem ich habe auch nur auch eineinhalb minuten ich hoffe euch hat 2019 2018 war ein schönes jahr für euch für mich schon ja was soll ich sagen football ist neu meine tochter wird auch größer immer es ist toll und jetzt 2019 bin ich gespannt was passiert was alles so kommen wird und was kommen mag was für projekte für alles 19 auf jeden fall football geht auch wieder los training geht auch in einer woche wieder an und dann geht es wieder los mit jürgen werde ich auf jeden fall projekt starten ja leute ich hoffe ihr habt auch weihnachten gut überstanden die ganzen festtage ihr wisst was ich meine ich hoffe euch hat es auch gefallen ja jetzt habe ich noch ein paar sekunden was soll ich nur sagen ich wünsche euch einen guten rutsch ein schönes jahr 2019 dann wenn es anfängt wir sehen uns auf jeden fall nächstes jahr es wird nächstes jahr weiter gehen ich werde mich immer stetisch verbessern vielleicht fällt euch doch schon auf ab und zu mal neu ich habe ein neues mikrofon mit neuen programm nämlich auf neue let's plays neue spiele was soll ich da großartig noch zu sagen es gibt nichts mehr zu sagen das jahr 2018 war geil war schön ich danke euch auf jeden fall für zuschauen und wir sehen uns direkt heute um 18 uhr zu einer weiteren let's play folge minecraft kommt nachher raus in vier stunden ja ich danke euch auf wiedersehen und viel spaß heute abend und lasst es doll krachen tschüss